Es ist für mich eine Deutung des Islams, die in mir ein Echo erzeugt, eine Mitschwingung erzeugt, die mich überwältigt hat. Und die mir auch heute, auch intellektuell, hilft, den Islam zu deuten in einer Zeit im Westen, in einer Kultur, die nicht die orientalische Kultur ist. Und Rumi ist für mich der Anker in dieser Welt und der Kompass für die andere Welt.